Herzlich Willkommen im Best Western Hotel und Restaurant Goldener Adler im Herzen der Innsbrucker Altstadt. Schön, dass Sie bei uns sind. Mein Name ist Katrin und in den kommenden Minuten werde ich Sie durch unsere altehrwürdigen Mauern führen. Unser familiär geführtes Vier-Sterne-Hotel und Restaurant ist seit Jahrzehnten ein Garant für herzliche Gastlichkeit, umgeben von Geschichte und Tradition. Im Jahre 1390 erbaut, sind wir das älteste und geschichtsträchtigste Gasthaus von Innsbruck. Seither dürfen wir Gäste aus nah und fern bei uns begrüßen. Es ist uns gelungen, durch stetige Verbesserungen und Renovierungen den großen Geist der Vergangenheit mit einem zeitgemäßen Standard zu verbinden, um so das Flair unseres Hauses beizubehalten. Wer in einem solchen Hause wohnt, dem ist, als grüßten ihn die großen Geister der Vergangenheit. Unser traditionelles Restaurant ist ganzjährig geöffnet. Das kulinarische Angebot umfasst, wie hier in unserer Goethe-Stube, eine reichhaltige Auswahl an Tiroler Spezialitäten, regionalen Schmankern und traditionellen Gerichten aus der internationalen Küche. Die Marmortafel vor unserem Haus zeigt jene Berühmtheiten wie Andreas Hofer, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang von Goethe, sowie Kaiser Josef II. und viele mehr, die im Goldenen Adler einkehrten. Unsere Stuben und Hotelzimmer tragen Namen dieser berühmten Persönlichkeiten. Alle Zimmer verbreiten ein gemütliches und anspruchsvolles Ambiente mit allen Annehmlichkeiten eines First Class Hotels. Sie haben die Wahl aus Junior-Suiten, Deluxe-Zimmern oder Klassik-Zimmern. Unsere Hotelzimmer versprechen Abwechslung, wie ein Jacuzzi in der Andreas Hofer Junior Suite. Durch unsere optimale Lage im Herzen der wunderschönen Innsbrucker Altstadt, gleich neben dem berühmten Goldenen Dachel sowie weiteren Sehenswürdigkeiten und in unmittelbarer Kongress- und Universitätsnähe, sind wir der ideale Ausgangspunkt für privat- und geschäftsreisende Gäste. Unser spezieller Service für Sie. Sehr gerne sind wir Ihnen bei der Organisation von Sightseeing, Tiroler Abenden, Theaterkarten, Ski- und Wanderausflügen behilflich. Wir sind für Sie da, 365 Tage im Jahr. Wenn auch Sie die einzigartige Mischung von Tradition und Moderne in der zentralsten Lage der historischen Innsbrucker Altstadt genießen wollen, so freuen wir uns auf Ihre Buchung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.